weggenommen 9 wie sollst du die da wieder hingestellt die Dünne die Schöne ist genau wie es ja gut dann mach ich mir hier 6 ach scheiße letztlich auch noch mal auf die Felder verbessert Tobi stopp stopp wessen wir eben lässt mir eben bitte ähm ähm kommers in die Felder noch mal auf das ist wo bist du du warst doch gerade noch hier da bleib stehen ich brauche vier Stickies wo auch hinter dir zudem nicht ich brauche vier Stickies wir haben keine mehr danke Errungenschaft erzielt Stickies gecrafted oh mein Gott die gibt es gar nicht selbst wenn hey ich hab dir die Leute gegeben ja ja aber ich meine ich glaube sobald man die instrumentale kriegt hat man die sehr rum schon getting good ist die erste oder die man auf jeden Fall auch anfangen hat eigentlich außer man cheatet sich was ich spiel jetzt mal nach Erfolgen was muss ich denn als nächstes machen ich guck sofort wenn ich mir die Angst der Kraft enttap das stimmt ob sie auch ne ob sie gern kommen bei folge oh ich hab gerade dreimal auf Holz geklopft geschafft jetzt im Ernst ne hab ich noch ne mal geschafft jetzt brauche ich fortgeschrittenes Handwerk fang an zu ackern alter du hast sie schon fliege auf einem schwein die Klippe runter oh ja töte ein Skelett mit einem Pfeil aus einer Entfernung von mehr als 50 Metern weil das lässt sich machen mit meinem Boden fange und brate einen Fisch lege mit einer Logo mindestens 1 Kilometer zurück haben wir harsch verwende ein Buch Obsidian und Diamanten um einen Zaubertisch zu buchen haben wir doch alles schon gemacht aber ein Portal zum Neta haben wir doch schon gemacht ja das ist weil wir auf 1.6 geupdatet haben glaube ich boh Torben du bist ja dumm oder wegen von neuen Accounts ja nein weh weil die dääh ich meine äh weh die hätten wir ja ne wegen ja wegen beiden ich bin direkt über dir ja und was willst du jetzt mit mir jetzt damit mitteilen ja ey Tobi ich bin direkt über dir und hehehe uuuh jetzt weiß ich nicht was ich darauf anbeuten soll bist du um? na ich brauch das schon nein ich hab an Essen gedacht pfff alter verfrissendes Vieh an 31 Ofenkartoffeln ich hab mein Steak irgendwo weggeworfen ich ess lieber Ofenkartoffeln ja wir haben fast kein Steak mehr für eine ja aber wir haben Kühe für eine nachhaltige Landwirtschaft und mehr Geld für Bauern weißt du überhaupt was Nachhaltigkeit ist? nein hehehe alter doch weißt du supersender Schule aua 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 wir haben ja Schafe und so alles das ist voll chillig wir brauchen nur noch wir brauchen nur noch wir brauchen nur noch Hühnchen wir brauchen den Mod und dann Pferde damit der Pferde lasagne einer wollte dann Mod entwerfen wo man Pferde gilt bekommt man lasagne voll geil finde ich nicht die Idee voll geil voll geil voll geil voll geil Junge äh oh ein Apfel ein Apfel so ich gucke mich nach Pferden und und ich hätte die ganze Zeit nur am Bauern mit dem tun ja Junge ich will ich wollte eigentlich vollzeigen gehen aber jetzt will ich lieber Pferde gucken ja du kannst ja das dabei machen ja mach ich ja aber jetzt bin ich gerade in der Graslandschaft und da ist kein Wach und da ist das alte also das neue Lauf und das ist ja noch unser Haus schon hier jetzt nicht mehr und dort ja du weißt ja es ist ja auch viele zwei Stück oder das ist ja auch sehr schön geflündet aus die Felder sind kaputt überläuft wasser und das heißt dass ich jetzt schon wieder angestellt die Oma ein Gott oh mein Gott jetzt habe ich den Bauch kleiner gemacht warum ist hier kein Pferd kann ich nicht mal das aber auch aber ich habe schon seit zwei Minuten nach Pferden gesucht eins gefunden ich bin ja so ein Volk oh mein Gott Alter mich gibt es auch nur einmal auf der Welt und warum so was auch noch blöd auch war egal haha Hörer Hörer Alter warum sind die überall so kleine Graben das mache ich nicht schon wieder ich bin so ein 1 2 3 3 4 Alter immer nur Kühe aber kein Pferd warum die spawnen ja wohl oder wenn man geupdate es hat müssen die ja 1 du weißt es doch bestimmt 4 4 guck mich nicht so an 1 2 3 4 6 7 Alter ist noch eins das ist eine Armee geholt was sehe ich da 1 2 3 4 4 5 7 7 wir sind bescheuert du bist bescheuert ey jungen 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 kühle liefern nur Nahrung ich will Pferde und Leder ja das ist ja kein Bauch und ich doch für Bücher und Rahmen aber sonst nicht man Alter so eine riesige Graslandschaft aber hier ist kein verschissenes Pferd ey ich will dich doch nur zähmen mit der Hand und dann deinen Sattel da anschnallen und dann zurück ich will das mit der Hand tun scheiße nur verschissene Kühe Alter ich höre ich mich die ganze Zeit noch an verbauen bin oh ja und wenn ich die ganze Zeit nur Kühe finde ey ich bin doch so weit weg ja sei doch froh wenn du bist du nicht die ganze Zeit aufbauen ja ne ich will jetzt zum Pferd und zurück nach Hause so wie der nette Tobi ich will jetzt zum Pferd das zu Hause dann einsperren irgendwo und dann das auslachen vielleicht kommen sie dann ja so ich dachte du willst steigen das habe ich nicht gesagt Alter auf mich mal hä oh ich habe mich selbst geoppt das äh dann ob ich mich auch mal selbst geoppt haha what the fuck ich hab doch ich hab dir durch die Summe verschenkt sich das nicht weil bei einem Obten sich das nicht vervollständigt dass du mittlerweile mit es ist nicht nee aber die Schrift war trotzdem so ach ja das lag natürlich am Essentials ja genau die Box haben wir auch mal entfernt ja aber wir sind sowieso beide gestorben oder du hast auch nicht mehr 39 Level ne ich hab drei Alter aber wo warum meine ich wieso hier sind hier sind also hier sind Schweine hier sind Schaf hier sind Hühner hier sind Kür aber hier ist kein Pferd ja und die spawnen irgendwo na die müssen nicht da spawnen wo du bist die spawnen im Grasland ja aber nicht immer ja doch ich hab schon so auf Flächen gefunden ja wenn ich mal so im Kreativ in der Welt für das Infoschule zum Beispiel die Spawner einfach irgendwo und ich fliegt da immer drüber und dann finde ich die ja ja und wir sind ja aber nicht im Kreativ ja das liegt aber nicht auch daran und was wenn es doch daran liegt das wäre ziemlich bescheuert vom Minecraft lang und ich habe auch schon mal welche gefunden aber richtig wenn wenn du einmal fände für das Anzeige 5 Stück oder so nein ich kann jetzt screenshot zeigen wir hatten 50 ferner auf einmal ohne Mist kannst du flogen nachher ich hole gleich den Florian und 50 Pferde aber nicht vielleicht 20 Esel das was ich habe ja nicht gesagt dass ich dir nicht glaube das ist aber angedeutet ich bin jetzt ne jetzt hab ich mich nicht wahr verbaut The fuck kein Faschissenes Pferd Alarmstuverbot Torben rastet aus nein noch nicht nochmals noch bin ich jetzt auf dem Rückweg und ich komme an Kürbissen vorbei Alter guck mal ich finde hier alles aber kein Faschissenes Pferd Scheiße nee wieso dreht sich die Treppe wieder am besten finde ich jetzt gleich noch was ne Schlucht oder so oder neues Dorf aber kein behindertes Pferd schick g k 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 als junger Sohn ein Fehler ich war ein Fehler meiner Reise und so ist es schon wieder es wird auch neu sind ich glaube an die Tatsache über die Bäume schwingen die Garten Loll ich bin runtergefallen LOL da ist ne Schlucht aber die hab ich schon mal gefunden da ist ne Mine LOL dann hab ich doch ne andere Schlucht gefunden WTF ich hab ne Schlucht gefunden Tobi mit ner Mine Scheiße hier ich hör uns irgendwie alter wenn der mich da rein schicken bin ich aber ganz schön am Arsch ja dann merk dir mal die Koordinaten oder so ja sag ich doch ähm du musst mir gleich mal unsere sagen weil ich so voll weit weg gegangen bin und trotzdem Anne ich bin dann auch zurück den Weg dieser Weg sehr verwirrend dieser Weg geht nicht auf weil ihr keine verschissene Kuba da ist schon wieder das Dorf oder es ist ein Raus Spinner so wie ich kann verkehren Scheiße es ist schon wieder Nacht oder? lol es ist Nacht äh lol Scheiße noch muss ich jetzt hier über Nacht äh das wär das wär jetzt richtig das wär jetzt alter Tobi ok ich hab ich hab ein neues Dorf gefunden lol was hab ich eben gesagt ich hab gesagt ich bin gleich bestimmt noch ne Schlucht und ein neues Dorf und so ich hab ein neues Dorf gefunden what the... sag mal Koordinaten dann gibt's mich nein das geht nicht um jetzt nach ja und ich komm trotzdem ich wundere das auch alleine aus das ist wuuuuuuuuh das mal alles sichern hier hier das hat ne Schmiede oh mein Gott oh man da ist ein... da sind drei Tridiane drin ein Eisenhelm ähmm halt nichts besonderes ähh aber guck mal her dann ist schon.. ne der Eisenhelm da ist noch fast zu wenuss von mir Scheiß Spiele, ey. Dann nehme ich die Öfen hier mit. Alter, ey. Dann ist da so ein Scheiß in der Kiste drin, ne? Warum was waren wir? Drei Obsidianen, ein Eisenhelm, sieben Setzling und ein Apfel. Wäre da jetzt mal so ein Diamant oder sowas drin, oder? Wenigstens ein bisschen... Ein Eisenhelm ist das einzige Gut. Boah, sind hier viele Mumps, Alter, ey. Wie der 1,3 Sekunden ist an einer Verschissung zu entstehen. Lass doch mal die Village-Armor, Alter, jetzt brennt ich weg. Oh, mein Gott, ey. So, ich bock vier bisstens. Und vier? Scheiß, ich hab kein Holz. Hast du Holz? Nein, ich hab auch keinen Schuss. Lass doch einfach fünf spinnen, sechs Creeper und vierhundert Zombies kommen. Hast du kein Holz gehabt? Nein, noch nicht. Ich hab gerade einen Verzaugung gefunden. Der hat nur Stärke einzunehmen. 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 Warum? Ja, gut, mit der zwar mit der... Also, der ist mit der Wichter-Buffer. Also, der ist mit der Wichter-Buffer. Und was brauchen die Village-Armor jetzt hier für'n Scheiß? Treff ich von mir aus ein Schaf? Was brauchen die Village-Armor jetzt für'n Scheiß? Was brauchen die Village-Armor jetzt für'n Scheiß? Soll ich die Felder mitnehmen? Äh, ja, die Felder kannst du gerne mitnehmen, wenn du schaust. Äh, ja, nimm mit. Hm, ja, was schmeiß ich denn dafür weg? Na, Eichenholz-Trenfe. Oh, gut, eh, uh.